so habe ich mir auch gedacht steve es tut mir leid kannst du nicht mal was für nächste runde kaufen jetzt haben wir das thema mit dem dem beenden von spielen wir haben gesagt wir machen es nicht jetzt geht es okay perfekt noch mal ich meine jetzt geht es bei steve aber dass wir noch mal das wie gesagt wir hier spiel beenden und sowas haben wir gesagt machen wir nicht weil sonst oder auch irgendwie neu starten oder irgendwas i don't speak also immer das spiel neu starten solche sachen haben wir gesagt aber das ist ja geklappt zum glück boah der wurf war gleich gar nicht so unwichtig das spiel wird nur wenn ein paar mal rausfliegt genau osti hat es begriffen Leute ich würde den einfach blockieren wenn ich euch will und den ignorieren dann ich denke das ist das schlauste 556 candies jetzt toll ist kaputt wenn vielleicht dessen mitnehmen sollen weil irgendwie haben wir kein anstehendes team hat jemand inzwischen einmal spektra gespielt kann da in irgendeiner kommt irgendwas ich habe noch keine gute runde gesehen wo spektra irgendwer entschieden hat oder so ich noch nichts gesehen jernot stands ready jernot stands ready war Ich auch nicht leider war, hab Spectre in Elfen gesehen, 6er Elfen mit Demons, ok ja mit Demons dann halt, oder Demon Hunter, ah, ich weiß es nicht, ich bringe ein M zu Magik, ich bringe ein M zu Magik, ich bringe ein Juggernaut, ich bringe ein Juggernaut, hab ich Click & Plays eigentlich aktiviert, was ist denn das für ein Quatsch hier? Ich überlege halt, ob ich Juggernaut Elements probieren soll, Juggernaut Elements Gotts, aber ich weiß nicht, ob ich es tun soll, Boah, Hunter im Early halt, da gibt es auch immer noch ganz gut was weg gemacht, wenn ich gegen sie keine Chancen habe, Level 2 wäre es halt gewesen, Level 2 wäre es halt gewesen, nur auf Purs gespawne geht vielleicht noch, ok ja, in Green I go, in Green on my way, die Arme auf dem Mars wäre stärker gewesen, mehr Pärchen, jetzt hätte ich gerne die Arme auf dem Mars und, ähm, hier Summoning Stone auf Furion oder so, Ich Ja, Ich 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 Vorhersage! Wird Pau diese Runde Top 2? Top 2 Leute denken an das ist Top 2. Warum Top 2? Warum muss man es so übertreiben? Wir sind da einige von den Community sogar dabei. Druckerei. Multi-Case auf jeden. Am besten der Spawn. 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 Typie. Ist nicht. Angst. Potter. Jan hat wieder. Oh da wird der auf mich richtig tiefer 13k auf. Mit 777 auf mich. Ich stimme nicht ab. Muss unten halt abstimmen. Also keine Ahnung. Normalerweise kann es auf Vorhersage drücken und abstimmen mit dem Account hast. Am Handy und am PC habe ich noch nie gemacht. Nur am Handy bisher. Ich werde hier nichts mehr killen leider. Weil er hielt dagegen. Wenn dann halt Legion vielleicht. Aber ne. Ok. Kein Spawn mehr. Ein Spawn auf Legion hätten wir es schaffen können. Bene Glocker. Ah Problem. 4. 5. 5. 5. 6. 6. 7. Untertitelung des ZDF, 2020 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 da komme ich ohne direkt solche sprüche ja ist schon hart das kann ich schon nachvollziehen das war ein spiel kommen wir mal irgendein upgrade hier am besten ich habe ich ruhig ein bisschen ausbaut du machst das ich kann mir nicht vorstellen dass es für jan reicht in meinem feld könnte es aber reichen ja ich ganz gut aus kommt hoffentlich noch mal was der fünfte finger Waaah! Hehehe GOO- Ax grows STRONGER! No one can stop us! There are none who cannot be mimicked. Er ist ja schon stark, wenn man wenigstens gegen wird mit ihm überlegt. Das heißt, wir kommen auf jeden Fall ein bisschen Gold noch zurück, wenn wir die verlieren. Ich habe für Pawn nicht schnell irgendetwas Geld eingetrieben. Also klar, dass man wieder gegen mich tippt, aber nur wegen der Quote halt auch. Das gefällt mir. Das gefällt mir. Nur, dass der Ex nachher irgendwann weg muss. Hat er sich für eine Ult gegönnt? Oh Gott, er hat sich auch Berserkers Call gegönnt. Dann kannst du mit vorgehen ein bisschen. Diese Chuggernaut Element Godstress. Wenn ich die durch bekomme, die Runde wäre das schon ein Traum. Goldtechnisch war das jetzt besser als Shrinkray. Ich kann mir viel Gold auch sparen durch Shrinkray. Das ist auf jeden Fall okay. Dadurch, dass wir jetzt die Winning Streak haben, ist das was wir gewählt haben. Aber Shrinkray wäre wahrscheinlich trotzdem besser gewesen. Dann wieder Goblins am Stüffel. Jan spielt doch gar nicht auf Goblins. Ich glaube bei Jan geht das Richtung Night Switch wahrscheinlich, wenn ich es mir so angucke. Oh, Chiller hat sich Tabletop Simulator jetzt gegönnt. Läuft. Nice, nice. Schau mal, Millard hat gesagt Rüstung auf Mars und damit habe ich gewonnen gegen ihn. Millard hat einfach recht. Hauptsache ich habe die hochgelevelt, die alte. Wenn wir den Mars durchbekommen könnten, wäre das entspannt. Ich muss den Oraken noch nicht sammeln, der macht mir einfach zu viel Stress. Den brauche ich dann eher zum Late. Auch wenn ich ihn dann nicht auf 3 bekomme, ist egal. Wahrscheinlich braucht man ja keine 4er Gott mit so einem Team. Die brauche ich nicht. Triple Razor muss ich auch noch ignorieren leider. Die Aufstellung noch mal anpassen. Schade, dass Chuggernaut nicht kommt. Chuggernaut wäre am wichtigsten, der kommt gar nicht. Gibt es da auch noch ein Ründchen? Ne, ist wirklich die letzte jetzt. Die ist schon die Runde nach der letzten Runde. Ja, weil wir einen Raid hatten, Patrick weiß. Deswegen wollte ich dann noch mal, wenn gerade so viele Leute rüber geradet sind, dann noch mal eine Runde länger machen. Wäre halt schade gewesen. Und dann Raid. Aber diesmal ist es wirklich die letzte. Mir sehr, sehr, sehr sicher. Hallo Patrick, moin moin. Wenn Dalu jetzt raiden, dann macht er noch eine. Okay, sagen wir es so. Wenn Dalu rüberraiden würde, dann würde ich wirklich noch eine machen. Dann würde ich wirklich noch eine machen. Dann wären wir nämlich hier auf einmal 4.000 Zuschauer. So was hatten wir noch nie bisher. Aber so, ja, danke Dalu für den Raid, ihr geht raus. Willkommen an alle Raider. Ganz entspannt dann labern. Ich habe gehofft, ich kann ihn so fertig ziehen. Aber wir haben immer noch Dark Willow abgezogen. Komm, einen holt noch hier. Okay. Ich müsste dann mal irgendwann den Venodown bekommen. Nooo, Bad Rider 1 hat meinen Mars 3 gekillt. Wie traurig. Egal. Ich muss mir nur merken, Paul Miller und Patrick Fascho. Lass mal zu Dalu rüber und dem auf den Sack gehen. So ist es richtig. Äh, was? Ich weiß nicht wann der Punkt ist, wo man Ex aufbauen wollte gegen einen Tiny. Ey, Dalu kann sich mal zu Paul rüber rein, damit der weiter streamt. Komm, kommen wir die Runde, Boy. Tack. Okay. Es gibt mir nichts. Gewinnt das Team hier, was ich habe, problemlos Runde, Runde 20. Oder muss ich mir Sorgen machen, Runde 20 mit dem Team? Ja, das nächste Mal denke ich mal, ja wahrscheinlich. Wobei ich habe die Woche Donnerstag frei, glaube ich, Leute. Ich glaube, ich habe die Woche Donnerstag frei. Wenn ich jetzt nicht ganz ansonsten. Ich glaube, ich muss nur morgen arbeiten und habe dann Donnerstag wieder frei. Also ich habe ein Leben, oder? Ne, die Woche ist eine chillige Woche aufstehen. Seit langem mal wieder. Aber ich weiß ja nicht, wer von euch Zeit hat und so dann. Oje. Geh hin! Ult! So, nicht anders. So, die Boys müssen jetzt halt reißen hier. Ach, fuck it. Ich komme neben Grace of Nature und erhoffen, dass es einmal im Leben gönnt. Hast du Sonntag auch frei, vielleicht? Sonntag habe ich auch frei, prinzipiell, ja. Aber Sonntag kommt, glaube ich, um 18 Uhr. Deutschland spielt, glaube ich, Sonntag 18 Uhr. Wenn ich jetzt nicht voll falsch geguckt habe letztes Mal. So, das ist schon mal. Fußballschmuhball. Wo ist die Cheats aktivieren? Sankali gezogen. Ja, Sonntag. Irgendwas beim Milistar gewesen. Hier geht der Code. Wenn jemand den Konto kann oder aus irgendeinem Spiel als Cheat kennt, ist er einfach Legende. Oh, Big Daddy sagt mir auch was sogar. Big Daddy sagt mir sogar auch was. Das gibt ja sowas wie jeden Tag. Age of Empire war Big Daddy, okay. War das, wenn man das Auto macht oder was war das? Oh, kann er davon schon betäuscht, wenn man den Laserbeeren macht? Wasst nicht mehr. Das geht mit dem Geld. Wie ist die Kolonierte? Wasst nicht mehr Geld? Und wie ist das was, den Konto geht. Du bist die Gran Kakarren. Den Krone сюжport! Das ist unser Konto geht. Robin Hood, Solombocek, ich kenne vom Namen her kommt mir das alles irgendwie bekannt vor. Dann die Upgrades und dann rein mit dem Razor und dann nochmal Level ab und dann von mir das können wir dann 6 erstellen, aber den Chironauts haben wir auf jeden Fall noch hochleveln davor. Der ist ja die Union, die man haben will in der Comp. Also Leute, wir werden diese Runde, ich bin mir sicher wir schaffen das außer jemand nimmt uns jetzt irgendwie Units raus mit Contract oder so, das wäre richtig Asi. Aber es gibt keinen Contract, das heißt wenn es die Runde denke ich mal auf jeden Fall schaffen, dass wir diese Comp mit Gods und Chironauts und Elements hinbekommen, was mich übel hyped. Finde ich sehr nice, dass wir das hinbekommen die Runde. Weil die wird so hoch gelobt und ich hoffe wirklich, dass die was kann. Vielleicht ist sie auch übertrieben, dass sie so gehyped ist, aber irgendwas muss sie ja können. Die kommt mir vor halt wie die 3-3-3-Strat damals. So ein bisschen stark, aber nicht OP. Das ist auch gleich die Runde. Das reicht doch 2 . Jetztแลcher sollte ich noch mal chillen, Röntgen jetzt. Wir können uns es noch mal erlauben. Wie macht ihr das denn, wenn ihr auf Discord S.I.G.U.Hitler spielt? Ja, wir haben so einen Livestream-Channel, wo wir dann alle reingehen und labern im Discord miteinander quasi. Genau, das ist was Patrick sagt. Und da ist Mipo Akir. Wir haben wieder mal mit I.O. Relic keinen einzigen I.O. bisher gesehen. Erstmal wieder der Bait. Und wenn er noch einmal nach unten holte, killt dann noch mal was. Aber spawnt dann auch was dadurch, deswegen wäre es gar nicht mehr so optimal gewesen. Muss mir mal Discord machen. Ja, wäre praktisch. Alle im Mordkeller von Paul. Alle reden ein Mikrofon rein, alle nebeneinander so. Die Gerenot standen bereit. Ted, für die Quarren. Are you ready to rubble? Ich hab mal einen Blinkdäger. Ich hab mal einen Blinkdäger. Ich hab mal einen Blinkdäger. Ich weiß nicht, ob Chuck blinken sinnvoll ist. Der haupt dann halt in irgendeiner Ecke dumm rum. Chuck blinken ist immer so eine Sache. Gibt Chuck lieber normal Mana. Ich würd eher Dark Velo, glaub ich, blinken. Ist das fein für euch? Mille, Mille, deine Meinung vielleicht gerade? Ich glaub Mille findet Chuck geblunken. Geblunken, Junge. Geblinkt auch immer nicht so nice. Geblunken. Ich bin einfach Willow, ich hoffe es ist okay für euch. Aus einer Level-Up können wir jetzt gehen, Level 6 sind wir eh schon, aber ich mache es sogar so, jetzt haben wir die Strat fertig, noch ein Gott rein für Full-Gott, obwohl das nicht so wichtig ist, aber würde ich trotzdem noch machen und dann erstmal noch auf den Chuggernaut drohen und währenddessen Orakel mitnehmen. Und ich weiß gar nicht was man dann noch so macht. Auf jeden Fall haben wir jetzt 4 Elements drauf, d.h. selbst Fernkämpfer werden jetzt versteinert, 4 Elements sollen relativ stark sein. Boah, aber Jan hat auch ein cleanes Level 3er Knight Team und Knights Count, dann hat mein Chuggernaut auch richtig, richtig, richtig entspannt. Dann ist halt keine Referenz. Jetzt muss ich noch wissen, wer die Aufstellung hier macht. Mal als Chuggernaut reingeben. Chuggernaut macht wahrscheinlich Sinn. Er gibt wahrscheinlich Sinn. Okay, der Chuggernaut, so die Comp soll, mit der Chuggernaut in der Comp soll der halt OP sein. Er soll halt komplett durchspinnen und er geht also auch keine Chance mehr haben. Aber es ist schon schwer, dass Firegots reichen irgendwie in der Comp, oder? Falsch, stupid Idiot. Lass doch nicht so triggern von den Leuten, ne. So der Rhino. Ich glaube einfach noch Mages dazustellen ansonsten, oder? Ich denke Mages dazupacken wäre wahrscheinlich am smartesten. Ich muss mal noch lachen über den, von Rex, dieses Geblunken fühle ich, aber muss ich immer noch lachen. Ich glaube bei Jan sein Feld kann man sich das schön angucken. Oh, als Spieler gegen Knights muss man keine Chance haben, aber er dreht sich halt wirklich durchgehend. Ja, interessant. Es wird auf jeden Fall eine YouTube-Runde, das kann ich schon mal callen. Weil das ist die Comp momentan, die von vielen so ein bisschen gehypt und geforced wird. Und ich wollte sie einmal auf YouTube auf jeden Fall auch zeigen und generell einmal die Comp selber spielen. Ich rieche mit der Licht. Jetzt 2 Level und stelle 2 Mages dazu. Fertig. Vielleicht sehe ich ja ein Zeugs, dann kann ich Majors und Gods reinstellen. Was haben wir die Bayern-Deutschland-Diskussion hier so ein bisschen am Start. Wie stark ist das Runde 30, die Comp? Haben wir damit Probleme? Wahrscheinlich eher nicht. Allein ja gut, allein wegen den Stunts. Ich glaube, wir dürfen gar keine Botrundenprobleme haben durch die Stunts, die man damit nimmt. Wir haben das am Ende. Wappensmith. Ich glaube, wir haben Wappensmith-Filter. Wappensmith-Filter. 5 auf Level 3, Chuggernaut mit dem, Book of Dead, ich hoffe der blockt sich selber nicht so viel damit. Vielleicht triggert der das ein, zwei mal auf. Erstmal die 3,5 Runde Stunt gewesen, aber jetzt springt er halt wieder durch, wie wird es dann? Beyblade! Geht tief. Ich muss ein level up. Ich will es nochmal mit Full Godz jetzt sehen. Aber ich glaube nicht, dass 4er Godz, also 4er Godz, ich glaube es profitiert wirklich nur am Mars von den 4er Godz oder und vielleicht noch die Wizards irgendwie teilweise, aber bringt es jetzt so viel in Runde 32 in Mars mit 4er Godz zu haben, weil Chuggernaut hat eh, also profitiert zwar auch davon, aber der hat eh dauerhaft Old. Ich hatte eine Baby-Arena als Kind, so eine Plastik-Arena hatte ich. Einen Tag Paolo bis zum Bischof 3 auf Night 9. Ja, du bist aber in einer Runde hast auch einen Doppel-D-Rank bekommen. Es waren noch zwei Runden, die einfach nicht gut liefen, Steve. Aber tut mir leid auf jeden Fall. Wollte dich eigentlich ärgern. Boah, ja, Green Knight hat diese Kommt keine Chance. Die Kommt hat nur Magic Schaden. Na, du Green Knight ist richtig hart mit der Kommt. Green Knight machst halt nix. Komm, ich will Top 3 werden. Ne, ich muss Top 2 werden für die Wette. Wieso hat der Top 2 als Wette gemacht? Enchanted, I'm sure. Enchanted, I'm sure. Enchanted, I'm sure. Witzig ist das schon mit dem Truggernaut. Aber es ist halt... mehr ist es halt auch nicht als witzig. Es ist das gleiche Prinzip wie halt mit Morphling Gods. Es macht halt Spaß. Es ist halt witzig. Aber es gewinnt halt keine Runden, ne? Ich bin sicher schon schwindlicher, glaube ich auch. Kann ich mir gut vorstellen. Ich würde gerne noch eine Runde überleben und dann nach 135 würde ich gerne die 3 Mages dazustellen. Fände ich cooler als mit den Full Gods. Weil wie gesagt, er tut eh dauerhaft sich Tränen. Ich halte sein Team aber auch. Alter, es macht ein DK für ein Damage. Boah, das könnten 25 wären mit dem Spawns. Ich glaube es sind keine 25. Ne, so gut es sind wahrscheinlich 20 oder so. 19. Machen wir der Rino noch mal ein Damage. Für mich selbst wäre ich mit Top 3 zufrieden. Aber klar für die Wette muss ich Top 2 schaffen. Aber einmal gegen die anderen war es das. Was ist das? Ehrenpaul noch online. Ja, ich hätte niemals gedacht, dass ich heute so lange streamen. Das war wirklich überhaupt nicht geplant. Aber ich bin halt einfach der Ehrenpaul. Wird einfach tot gestunnt. Rot versteinert. Der Drache. Ich zeige noch mal die kommt drin. schon am besten riva schon am stärksten ja es lief heute ganz gut eigentlich also wir sind dann wieder ruck hoch also lief auf jeden fall nicht schlecht und der zeus 2 wir haben aber der spinning juggernaut so gehen das in book of dead gar nicht gefällt gegen jan es soll es jetzt gewesen sein noch mal dürfte nicht mehr vieles passieren mails bringen wir doch in jan wenig auf kreis ein feld ein bisschen mein team verstärker als kardis 1 aber die kommt ist witzig aber so stark wie alle tun es kommt glaube ich nicht wobei wir natürlich auch sagen das ist ein vergleich zum op team und gegen karl zb als easy gereicht schönes match die geht so sorry der meintop zwei welt um eifel die auf mich getippt haben die die auf mich getippt haben aber gegner die gegen mich getippt haben scheiters ob zwei wette war vielleicht doch nicht mehr op strat wählen sollen und nicht probieren aber es war also viel besser kann man die kommt glaube ich nicht haben am schluss mal mit den noch auf level 3 auf level 2 dem agent auf level 10 vielleicht doch noch mal im gott zu dem zeug dazu einfach aber das war schon halt mit den wichtigen juni hochgezogen einmal unit ford erhalten die gehen jetzt ab alter hause jetzt ab war das letzte mal schon geforscht ist die street oder war das mal geforscht ich glaube er wollte einfach die punkte mir so giften quasi meine alte hase irgendwie darauf ist letztes mal auch geforscht muss auch sagen es ist kein so ein krasses dragon team er hat nur den zeus hat er halt und er holtet halt nicht instant oder der instant er holtet sogar glaube ich auch instant oder aber trotzdem wäre es besser noch kurz reinzustellen denke ich mal nicht du musst doch ernst und ulten oder wieso die denn nicht ernst wenn ich checke es bei mir ja ist doch egal Das war einfach nur Karspaar mit dem Poggen, true. So, gg. Schönes Match, sehr, sehr schönes Match. Auch cool, wir haben jetzt mal die Strat gesehen, diese Chuggernaut God Strat mit Elements. An die YouTube-Zuschauer lasst gern ein Like da. Zwei nur dritter geworden, aber dafür die Strat mal gesehen, die momentan viele spielen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Zerrein. Zerrein.